Ja, da kommst du schon direkt gucken, ne? Also, ach, das hatte ich hier von dem Zigeuner geschenkt bekommen, von Satan und Linda. So ein Schoki-Herz steht auf Deutsch drauf. Ich hab dich lieb, wer weiß, wo der das her hat, ja? Ist zwar schon vor vier Jahren oder so abgelaufen, aber die Geste zählt halt, ne? Ah, guck mal hier. Hör, die blöden Flöchen, ne? Du bist noch Pappsett, ne? Hast so viel von dem Kani gegessen, dass du es sogar direkt danach wieder ausgespuckt hast, ne? Ja. Guck. Ja. Hier. Hier ist eine Fliege, ne? Wäre schön, wenn du die jagen würdest. Keine meiner Katzen. Ist sowieso, ich hab immer eigentlich fünf Katzen gehabt, nicht eine davon hat mal Fliegen gejagt. Ne? Die gucken zwar und fühlen sich davon belästigt, aber jagen... Wieso denn, ne? Guck, Pitti. Guck. Hier. Ja. Hm? Geht auch mit weniger Zähnchen, ne? Ja. Die knackt sogar Trockenfutter, ne? So viele Zähnchen können dir gar nicht fehlen. Ich hab gesehen, vorne der große Zahn fehlt dir. Du bist schon wieder ungeduldig mit dem Schwänzchen zusammenwackern. Wir lassen dich in Ruhe, ne? Hm? Ja. Ja, leg dich hin. Ne?